In diesem Video möchte ich euch helfen, in Millenia, dem neuen Spiel von Paradox, besser klar zu kommen, gerade als Beginner. Denn das Spiel selber weist leider ein sehr schlechtes User Interface auf, wodurch neue Spieler sich schnell überfordert und verloren führen. Und das wollen wir vermeiden, denn das Spiel soll Spaß machen und es kann auch Spaß machen. Aber dafür muss man erstmal die einzelnen Mechaniken und eben den Graus des User Interface überstehen. Millenia will dabei ein Gegenspieler zu Civilization sein, was ich schon ganz unabhängig vom Tutorial eine sehr gute Sache finde. Nicht, ob es besser oder schlechter ist, sondern einfach Konkurrenz, um eben Strategiespiele wieder ein neues Leben einzuhauchen, mehr Variation und mehr Mechanik. Unabhängig davon könnt ihr mir gerne ein Like da lassen, Abonnieren, Dislike, wenn es euch nicht gefällt. So oder so sage ich schon mal vielen Dank und auch vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, bevor wir anfangen, ganz kurz dieses Claimer. Ich brache das hier basiert auf der Demo, wie ihr oben sehen könnt. Wenn sich da maßgeblich was ändert, werde ich das Ganze natürlich aktualisieren. Sonst werde ich es aber einfach erstmal so lassen. Und zwar habe ich Millenia jetzt eben schon kritisiert fürs UI. Ihr könnt aber hier für Neue Empfänger einen richtig schönen Trick einfach machen. Den kennt man ja bei Strategiespielen. Ihr könnt auf ein neues Spiel gehen und könnt auf Quick Start drücken. Und sofort seid ihr in einem Spiel, das euch irgendwelche Settings vorgibt. Ist vollkommen in Ordnung in der ersten Runde, um einfach mal ein C reinzudippen, um mal ein bisschen Erfahrung zu sammeln, das Spiel kennenzulernen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch auf Custom gehen, also selbst erstelltes Spiel gehen. Und dann geht ihr einfach zum Beispiel drei Spieler und sucht euch hier alles oben aus, wie ihr es wollt. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Und das Einzige, was eigentlich wirklich relevant ist, neben einer Identität, die ihr euch natürlich selber aussuchen könnt, könnt ihr hier tatsächlich euch die Startboni wählen oder einen Startbonus. Das ist eigentlich das Einzige, was sich jetzt so großartig unterscheidet momentan. Das wäre jetzt einfach die Option, die ihr hättet. Ich nehme jetzt einfach mal ein Scout-Unit, um das Ganze besser zu zeigen. Und dann könnt ihr auch schon loslegen. Ja, und auch so einfach der Start des Ganzen war, umso massiver ist natürlich gerade für neue Spieler all diese Information, die ihr sehen könnt. Das sind natürlich alle möglichen Abenteuer auf dem Startbildschirm, die man hier festhalten kann. Eigentlich nichts, wovon man Angst haben muss. Aber natürlich will ich euch eins nach dem anderen vorstellen, denn ihr habt erstmal sehr viel zu verdauen. Die Dinge entwickeln sich natürlich, werden komplexer mit der Zeit. Es geht ja jetzt hier erstmal darum, euch generell die grundlegenden Sachen darzustellen, was ihr da machen könnt und vor allem, wie ihr im ersten Spiel darauf reagieren müsst, ohne dass ihr euch jetzt komplett verzettelt und das Ganze zur Arbeit ausartet. Ich würde sagen, wir fangen bei Millenia diesmal von links an und gehen einfach mal schön hier auf diesen Bildschirm ein. Ihr seht oben unser Zeitalter angegeben, ihr seht darunter die Leiste für Research, also Forschung und darunter Kulturereignisse und darunter noch die Domäne und unsere Regierungsform. Zum Zeitalter brauchen wir nicht viel zu sagen. Wir sind gerade im Zeitalter des Steins, also natürlich im Steinzeitalter. Das ist nicht ganz so wild. Gehen wir mal lieber mal zur Forschung über. Die Forschung ist wie immer bei den Civilization-Spielen oder Strategiespielen sehr, sehr wichtig und bietet natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wir haben erstmal angegeben, wie viele Forschung kriegen wir eigentlich pro Runde oder Wissen pro Runde und dann können wir uns durch das Bild da einfach eine Forschung auswählen. Klicken wir darauf, sehen wir immer folgendes Menü. Recht einfach gehalten, aber auch übersichtlich. Ihr könnt eure Forschung sehen. Im ersten Zeitalter gibt es fünf Stück, die jeweils verschiedene Boni bringen, die wir jetzt nicht einzeln durchgehen werden. Ihr, nach meiner Empfehlung, sucht euch einfach irgendwas aus, was euch gerade Spaß macht. Natürlich gibt es so etwas wie militärischen Fokus, erkunden oder vielleicht wirtschaftlichen Fokus. Ihr könnt einfach selber sagen, worauf habt ihr gerade Lust. Sucht euch das aus. Ich sage jetzt einfach mal, ich will ein bisschen Forschung hauen, also will ich dieses Gebäude hier freischalten, dass mir Forschung dazu gibt. Ihr könnt auch auf diesem Bildschirm sehen, dass das nächste Zeitalter schon angegeben ist. Wichtig beim Millennia ist ja, ihr habt nachher auch Auswahl zwischen mehreren Zeitaltern, die durch bestimmte Bedingungen getriggert werden. Das soll uns am Anfang jetzt nicht ganz so kümmern, aber es ist schon mal wichtig zu sagen, dass das die Besonderheit hier ist. Ihr braucht dann, das seht ihr auch ganz schön hier angegeben, drei Forschungen, um dann nochmal das Zeitalter zu erforschen. Was ihr da genau macht, ist relativ egal. Am Anfang probiert euch aus, wodurch seid ihr erfolgreicher, was gefällt euch besser. Wollt ihr eher am Stil irgendwo forschen oder wollt ihr wirklich effizient forschen, das ist euch ganz alleine überlassen. Eine Kleinigkeit noch, bevor ich sie nachher vergesse. Ihr könnt natürlich, nachdem ihr das Zeitalter erforscht habt, also ins nächste Zeitalter vorangeschritten sein, oder die KI vorangeschritten ist darin, könnt ihr natürlich auch die Forschung noch erforschen, die hier noch übrig sind. Ihr werdet also nicht irgendwie etwas verlieren, indem ihr halt nur drei von fünf erforscht, weitergeht. Ihr könnt immer auch wieder rückwärtskompatibel forschen, sage ich jetzt mal. Und als nächstes gehen wir auf die Kultur ein. Auch hier gibt es wieder ein ganz einfaches Prinzip. Macht es einfach nach Gefühl. Überlegt mal, was könnt ihr gerade in der Situation besser gebrauchen. Am Anfang sieht es auch ganz harmlos aus. Ihr seht wieder, wie viel ihr pro Runde daran verdient. Und ihr könnt draufklicken auf diese Kulturfähigkeit. Und dann seht ihr eure Kulturkräfte, Kulturfähigkeiten. Wichtig ist bei diesen Kulturfähigkeiten, dass ihr am Anfang nur zwei habt. Also Create Town, also wäre auf Deutsch gesagt, also eine Vorstadt errichten. Und dass diese Local Reforms, das ist einfach so ein kleiner Buff, der die Stadt dann bufft und mehr Erträge einbringt. Erträge kommen ja später noch. Das ist erstmal alles. Da könnt ihr einfach versuchen, ich würde euch empfehlen, baut zuerst mal Vorstädte. Nehmt danach mal diesen Buff dazu. Versucht eure Vorstädte möglichst effizient zu setzen. Das heißt, dass ihr auch guckt, dass hier drumherum gewisse Effekte mitnehmen können. Das kommt aber auch erst nachher im Spiel. Kann man auch gemütlich machen und auch erkunden. Und wenn man dann sagt, na ist mir zu lästig, dann geht man halt auf die Reformen. Wichtig ist nachher, sobald ihr mehr von diesen Domänen freigeschaltet habt, dann werden hier auch mehr Fähigkeiten freigeschaltet. Eine Kleinigkeit vielleicht noch dabei, dass ihr die Vorstädte nicht nur innerhalb eures Gebietes platzieren könnt, sondern auch eins außerhalb eures Gebietes und damit eben auch neue Ressourcen freischalten könnt, die ihr vorher vielleicht nicht hattet und damit eure Grenzerweiterung besser gestalten könnt. Da ich sie bereits erwähnt habe, müssen wir natürlich direkt über die Domänen reden. Am Anfang habt ihr immer die Domäne Regierung und eure Regierungsform wird immer der Stamm sein. Und diese Regierung hat wiederum ein Menü, wo ihr Punkte pro Runde sammeln könnt. Hier seht ihr sie leider nicht direkt angeben müsst, also mit eurer Maus erstmal über hier zum Beispiel Government, also Regierung, hovern, um dann zu sehen, wie viel ich pro Runde bekomme. Wir bekommen zwei durch unsere Hauptstadt. Wichtig ist, wir schalten später andere Domänen frei, da müsst ihr die Punkte durch Gebäude oder andere Dinge erhalten. Ihr kriegt die Punkte nicht passiv wie bei der Regierung. Ihr könnt natürlich auch die Regierungspunkte verbessern, wodurch ihr wieder schneller an eure Fähigkeiten kommt. Wie komme ich zu den Fähigkeiten? Das ist im Prinzip wie bei der Kultur. Ihr drückt einfach drauf und ihr seht dann wieder dieses, naja, nicht so schöne Pop-up, aber es ist zumindest sehr nützlich, denn da drin finden wir die Karte bzw. Fähigkeit, einen Siedler zu spawnen. Und ihr versteht natürlich, was man sagt bei Siedlern, da brauche ich gar nicht großartig Tipps zu geben. Ich denke, ihr habt schon mal irgendwo ein Strategiespiel gespielt. Das heißt, den Siedler werdet ihr natürlich immer regelmäßig spawnen. Das macht nämlich Spaß. Es gibt neue Städte. Passt nur auf, dass ihr hier nicht Ovo-extend, wie man so schön sagt, also euch zu schnell ausbreitet, denn das gibt ganz viele verschiedene Mali. Zum Siedler kann man außerdem noch sagen, was neu ist, ihr gründet keine Stadt direkt, wie bei Civilization zum Beispiel oder ähnlichen Titeln, sondern ihr gründet einen Vasallen, der sich nach einer gewissen Rundenzahl, meiner Erfahrung nach 15 Runden, so weit entwickelt hat, dass ihr ihn zu einer Stadt ausbauen könnt bzw. integrieren könnt, nenne ich es jetzt mal. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, also nicht denken, ja, ich wache noch ein paar Runden, ihr müsst immer diese 15 Runden dazu rechnen. Deswegen ist es gar nicht schlecht, direkt als erstes Mal, wenn man 30 Regierungspunkte hat, dann diese Stadt zu gründen, um damit schon mal loszulegen. Auch wenn wir neue Fähigkeiten hier freischalten, natürlich, der Regierung kann man neue Fähigkeiten hinzuschalten. Da kommen wir dann auch direkt zu. Wenn wir nämlich hier auf dieses Menü gehen, Stammesherrschaft, dann sehen wir auch so einen kleinen Talentbaum, was ich auch eine ganz nette Sache finde. Und in diesem Talentbaum sind es auch manchmal Fähigkeiten versteckte. Da habe ich zum Beispiel länger viel gebraucht, um das hier zu verstehen, dass bei Race Tribal Army eine Domänenpower freigeschaltet wird. Wenn ihr das also wählt, das könnt ihr halt auch wieder mit dieser Domänenressource bezahlen, Regierungsdomänenressource, dann könnt ihr hier eine neue Fähigkeit freischalten, die euch erhalten Kriegsbande, also einen Krieger, spawnen lässt, statt einen Siedler. Was wieder eine gewisse Variation darstellt, aber mein Tipp ist, wie gesagt, bleibt erstmal beim Siedler. Ihr könnt die Warbands auch so bauen, wenn ihr nicht gerade irgendwie ultraaggressiv spielen wollt, glaube ich, werdet ihr in der ersten Runde das nicht nötig haben. Aber ihr könnt euch eben anschauen, welche Boni finde ich hier gut. Vielleicht wartet man, bis man den ersten Siedler durch hat und wählt dann eben sowas wie Wissen, um schnell zu forschen oder Nahrung oder hier diese Improvement Points, wozu wir gleich auch noch kommen. Alles ist möglich, sucht euch da einfach wieder aus, was euch am besten gefällt. Um zu verdeutlichen, dass es andere Domänen gibt, habe ich jetzt einfach mal ein anderes Safe-Game geladen, um euch mal den Eindruck zu geben, was da noch kommen kann. Ich will jetzt noch nicht zu viel zeigen, durch neue Regierungen, National Spirits, könnt ihr andere Dinge noch wählen. Gehen wir erstmal ganz gemütlich daran, damit das Ganze nicht zu kompliziert wird. Ich kann euch schon mal sagen, das wird immer mehr, was ich an sich eine coole Idee finde, natürlich für Anfänger, gerade oder überhaupt Strategieneulinge, ein sehr schwer zu verdauertes. Ich denke erstmal, die drei reichen jetzt auch, um das einfach mal zu verdeutlichen. Wir haben einmal die neue Domäne Erkundung, auch hier könnt ihr wieder sehen, wie viel ihr pro Runde bekommt, das sind jetzt 0 und ihr könnt draufklicken, was damit möglich ist. Ihr könnt jetzt einfach einen Kundschafter spawnen, wenn ihr genug Punkte davon habt. Dasselbe Prinzip geht bei Warfare, ihr könnt sehen, wie viel ihr pro Runde bekommt, auch hier 0 und ihr könnt sehen, was ihr machen könnt. Und dann könnt ihr zum Beispiel einen Kriegerspawn. Da muss man keine Angst vorhaben. Das sind eigentlich Karten, die man im Karten-Set hat oder wie bei einem Brettspiel, wo man verschiedene Optionen hat, die man für gewisse Schutzpunkte oder eben hier Erfahrung nutzen kann. Und die einem dann verschiedene Vorteile bringen, die man situativ, und das ist wichtig, einsetzen kann. Das heißt einfach, probiert euch aus, guckt, was klappt in der Situation gut. Wo finde ich in der Situation vielleicht meinen letzten Anker, um noch irgendeine Situation zu retten, mir einen gewissen Vorteil wirtschaftlich zu geben oder militärisch. Und so weiter und so fort. Wie gesagt, die Liste wird länger, das ist cool, aber ist natürlich gerade am Anfang etwas komplizierter. Deswegen sind die drei im ersten Zeitalter eigentlich alle, die ihr bekommen werdet. Ja, apropos bekommen, wie bekommt ihr die eigentlich? Ja, bei Warfare könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, das ist ja die Kriegskunst. Wenn ihr Kämpfe kämpft, entweder verteidigend oder angreifend, dann bekommt ihr diese Punkte dazu. Wie gesagt, ihr bekommt erstmal keine Punkte hinzu. Dafür braucht ihr Gebäude, die euch passiv dieses Einkommen generieren oder ihr müsst eben konstant kämpfen, was eigentlich auch eine gute Mechanik ist. Bei Exploration, ähnliches Prinzip, geht Erkunden, findet ihr Landmarks, also irgendwelche Naturwunder, dann kriegt ihr Erkundungspunkte. Auch hier helfen Gebäude, um die passiven Punktzahl zu erhöhen. Begeben wir uns jetzt wieder zurück zu unserem originalen Spielstand. Ihr seht jetzt mal die ganze Karte, denn wir haben jetzt schon einen großen Brocken abgehandelt, gehen jetzt mal auf die Ressourcen ein und auf die anderen Symbole, die wir hier sehen können. Beginnen wir erstmal mit der Strategiekarte und seinen Ressourcen. Wie wir sehen können, können wir verschiedene Ressourcen-Symbole wahrnehmen. Wäre zum Beispiel hier der Fisch im Wasser zu finden, der uns verschiedene Vorteile gibt. Hier zum Beispiel, wenn ich ein Fischerboot baue, kriege ich fünf Nahrung. Ansonsten, wenn ich es jetzt sammeln würde, nur eine Nahrung. Dann sehen wir natürlich die verschiedenen Geländetypen hier auch, wie natürlich klassisch einen Wald. Der Wald bringt uns Produktion, das kennen wir auch schon aus anderen Strategiespielen und einen Nahrung. Das grüne Land zum Beispiel bringt uns direkt zwei Nahrungen und die Scrublands hier, also so ein bisschen Steppe, Savanne, wie auch immer, die bringen uns nur eine Nahrung. Das ist ein großer Unterschied und ist natürlich essentiell für nachher verschiedene Improvements, also heißt Erweiterungen, die unsere Felder verbessern. Und ist natürlich auch sehr, sehr maßgeblich für Städte-Management, denn da wollt ihr eure Einheiten am besten verteilen. Bevor wir uns jetzt den Stadtbild schon ansehen und sehen, was wir da alles machen können und finden können, gehen wir erstmal darauf ein, was solltet ihr eigentlich mit dem Gelände tun. Natürlich ist der Tipp relativ simpel, baut einfach jede Ressource, die in eurem Gebiet ist, ab. Ihr seht es beim Fischen, wenn die eine Nahrung bringen, wenn ich sie nur so sammle, dann ist das natürlich nicht so gut, wie wenn ich einen Thunfisch produziere und dafür fünf Nahrungen produziere. Also ein deutlicher Vorteil, den wir dadurch erlangen können. Und ja, wie baue ich denn Improvements, um jetzt zum Beispiel diese Fische abzubauen? Ja, da muss man erstmal ein gutes Auge haben. Wer den ganzen Bildschirm eben mal angeschaut hat, hat unten links dieses Symbol hier gefunden. Das ist das Improvements-Symbol. Da seht ihr, vor Runde kriegen wir eine dazu von der Stadt und können dann folgende Improvements bauen. Und zwar schon mal ein Hunting Camp, ein Dog, Fishing Boats, da sind sie nämlich schon, Forest and Pasture. Die Kosten sind dann eben bestimmte von diesen Entwicklungspunkten und dann können wir einfach was bauen. Es gibt keine Arbeiter wie das Civilization, ihr braucht die also nicht zu bauen. Ihr könnt ganz gemütlich über diese Punkte einfach da verschiedene Verbesserungen bereitstellen, die dann wiederum die Ressourcenzahl oder die gesammelte Ressourcenzahl erhöhen. Die geniale Mechanik, die dahinter steckt, ist in diesem Video vielleicht etwas schwer zu erklären. Ich will sie aber ganz kurz nur mal in einem Beispiel anreißen. Denn nach dem ersten Zeitalter werdet ihr dadurch Wahrungketten erstellen können. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Steinbruch über Marmor baut, dann könnt ihr damit im nächsten Zeitalter dieses Marmor umwandeln in Steinblöcke, die wiederum andere Ressourcen bieten, zum Beispiel Geld generieren, mehr Produktion generieren, mehr Nahrung generieren und so weiter und so fort. Was natürlich das Ganze noch etwas auffrischt und vor allen Dingen auch neue Möglichkeiten bietet, die man nicht vergessen darf. Ist jetzt für das erste ein guten Startvideo natürlich zu weit gegangen, aber dass ihr schon mal wisst, dass ihr da hinarbeitet und auch da ein bisschen Augenmerk drauf habt, wo baut ihr was ab und wie könnt ihr damit weiter vorgehen. Und da ich euch eh schon die Tiles eingeblendet habe, auf denen unsere Bevölkerung arbeiten wird, gehen wir doch jetzt endlich mal in die Stadt. Ihr seht natürlich klassisch die Grenzen, da brauchen wir nicht, glaube ich, großartig drüber zu sprechen. Innerhalb der Grenzen könnt ihr eure Arbeiter verteilen. Das Ganze sieht aber anders aus. Ihr geht auf dieses Symbol und seht dann folgendes Kachelsystem. Auch das erinnert mich, finde ich, sehr stark an ein Brettspiel. Ihr habt hier die Anzahl eurer Arbeiter angegeben. Ihr seht, wie viel Income ihr gerade macht, also was ihr gerade für Produktion oder Nahrung und so weiter und so fort habt. Ihr seht oben auch die gesamte Produktion dafür, was ihr alles bekommt und wie viel Nahrung ihr gerade nötig habt. Dann seht ihr unsere vier Tiles, das haben wir eben ja schon vorgestellt. Wir haben einmal Wald, unser Grasland, unser Wuschland und unser Wasser. Jedes davon gibt verschiedene Ressourcen, beziehungsweise Wasser und Wuschland dasselbe. Grasland das Doppelte, nämlich Zweinahrung. Ihr seht auch, dass das Grasland mehr Plätze bietet, um bearbeitet zu werden, was auch ein großer Vorteil ist. Das sieht man hier unten. Außerdem seht ihr beim Wald, dass es noch Produktion gibt und nicht nur Nahrung. Außerdem erkennt ihr recht den Bildschirm für die Waren, die ihr schon bereitstellen könnt, durch eure Erweiterung, die ich eben erwähnt hatte. Ihr seht natürlich oben eure Bevölkerung und wie lange es braucht, bis die Bevölkerung weiter wächst. Außerdem habt ihr noch das Region Level. Das gibt an, wie groß oder wie, sag ich mal, fortgeschritten eure Stadt ist und kann dann Möglichkeiten ergeben, die Vorstädte zu erweitern, zu spezialisieren und so weiter und so fort. Nur um es einmal gezeigt zu haben, so kann das Ganze später aussehen. Ihr seht jetzt unsere Waren, die wir haben. Wir haben mehrmals Marmor, wir haben die Steinblöcke, die ich erwähnt hatte, Fleisch und so weiter. Außerdem seht ihr, dass die Kacheln mehr geworden sind. Unsere Arbeiter haben also größere Möglichkeiten, sich zu verteilen. Ihr könnt auch weitere Slots freischalten, sodass ihr mehr auf einem Teil haben könnt, wie jetzt im Grasland zum Beispiel und so weiter und so fort. Aber für dieses Video üblich werden wir natürlich jetzt erstmal die Basic besprechen. Was sind eigentlich die Tipps, die ich euch geben kann? Es ist auch nicht wirklich hart. Ihr guckt einfach, dass ihr am Anfang das automatisch einstellen lasst. Die KI macht das auch recht ordentlich. Für Minmaxen habt ihr noch immer Zeit, wenn ihr die nächste Runde angebt. Wie immer, Spaß steht im Vordergrund. Ihr solltet jetzt nicht erstmal eine Wissenschaft draus machen, außer es macht euch Spaß. Dann könnt ihr natürlich hier eure Arbeiter selbst zuteilen. Ihr könnt die wie bei Civilization festsetzen, sodass sie nicht von diesem Teil weggehen können. Ihr könnt die Teils in irgendeiner Weise optimieren. Zum Beispiel gibt es vielleicht Leute, die jetzt sagen, ich brauche die Produktion und so weiter und so fort. Aber nochmal, wer Anfänger ist, sollte sich damit gar nicht beschäftigen. Lasst die KI das automatisch machen. Das funktioniert vollkommen in Ordnung und ergibt auch Sinn. Ja und dann fehlt uns noch ein Symbol, beziehungsweise ein Symbol, das wir in zwei Varianten sehen. Wir können einmal hier auf Build gehen, kommen dann zum Baumenü. Oder wir können hier auf dieses Plus gehen und kommen genauso zum Baumenü. Ihr seht hier oben nochmal verschiedene Filter angegeben, die sehr unscheinbar sind, aber eigentlich auch ganz nett sind. Ihr könnt zum Beispiel hier die Einheiten rausnehmen, ihr könnt die Gebäude rausnehmen und so weiter und so fort. Ihr versteht schon, worauf ich hinaus will. Dann könnt ihr oben eure Einheiten bauen. Da seht ihr einfach die Runden zu angegeben, wie viel es dauert. Da steht auch, wie viel Produktion es kostet. Jetzt zum Beispiel hier die Krieger kosten zwölf Produktionen und damit dauern sie sechs Runden. Ergibt Sinn, denn wir kriegen zwei durch unsere Hauptstadt pro Runde und damit passt das auch rechnerisch. Da wir eh schon mal bei dem Krieger sind, gucken wir uns nur ganz kurz mal die Sache an. Wie immer, Kampf ist nicht in einem Startvideo mit drin, aber ich will es mal erwähnt haben, weil es schon schwierig ist, da so ein bisschen schlau loszuwerden. Ihr habt bei Kampfeinheiten immer die Attacke, Beteiligung, Leben und wichtig Moral. Das heißt, jeder Kampf gibt irgendwo auch einen Moralschaden und dieser Moralschaden führt dann dazu, dass eine Einheit irgendwann fliehen kann. Zum Beispiel unser Scout, unsere Speereinheit flieht eigentlich immer direkt, wenn sie alleine kämpfen. Ihr seht dann auch immer, gegen was sind jetzt zum Beispiel diese Kriege gut, nach einem Steinschere-Papiersystem, ganz klassisch und wie viel Kosten die ihm abgibt. Also nichts Besonderes, wovor man Angst haben muss, muss man sich auch nicht großartig mit beschäftigen. Die Zahlen sind nun manchmal etwas verwaschen bei dem Spiel. Ich hoffe, dass das vielleicht noch verändert wird. Das wäre aber jetzt eher eine Aufgabe eines anderen Tutorials. Wenn ihr das braucht, gerne Bescheid sagen. Ich bin immer bereit, sowas bereitzustellen. Aber erstmal gehen wir auf die anderen Sachen ein. Natürlich habt ihr dann einfach euer Gebäude. Die Gebäude haben verschiedene Effekte. Hier zum Beispiel kosten die 20 Produktionen und geben dann halt eine Verteidigungswand. Dann wichtiger vielleicht das Town Center, was ich ja schon mal erklärt hatte. Verschiedene Gebäude geben euch für eure Domänen weitere Erfahrungspunkte und damit mehr Möglichkeiten, eure Fähigkeitskarten zu benutzen. Und so ist das halt bei allen Gebäuden hier. Hier kriegt ihr zum Beispiel Einfluss. Dadurch kommt es zu Begrenzerweiterung, Nahrung, dementsprechend hier Erfahrungen für Scout. Und dann gibt es das auch als Forschung hier noch. Und es gibt auch noch Gebäude, die dann militärische Erfahrungen geben und so weiter und so fort. Und dann haben wir halt Projekte. Das kennen wir auch von Civilization. Hier könnt ihr Produktion einfach in Improvement Points umwandeln. Jetzt zum Beispiel bräuchten wir drei Runden um einen Improvement Point, also einen Entwicklungspunkt, um neue, sagen wir mal, Hunting Camps zu bauen, also Jagdlager zu bauen, Fischerboote und so weiter und so fort. Joa, lange Rede, kurz zur Sinn. Auch hier baut erstmal Lust und Laune. Wenn ihr sagt, euch gefallen diese Karten vom Speer so super, da baut halt erstmal euren Lookout, forscht da auch direkt drauf. Oder wenn ihr sagt, ich möchte gern mehr Forschung haben, geht aufs Council. Oder ich möchte mich verteidigen können, dann geht hier rauf, ich möchte mehr spähen, baut halt einen Speer. Ganz nach Gefühl, wie immer. Auch hierbei könnt ihr in der zweiten, dritten Runde vielleicht eher wissen, das Gebäude ist am Anfang stärker. Mehr Speer bauen ist am Anfang stärker. Aber vielleicht findet ihr auch einen ganz anderen Weg, der euch halt jeweils einen Vorteil bringt und den ihr auch einfach mögt vielleicht. Macht euch da aber keinen Stress, wie immer. Denn alles ist irgendwo möglich. Ihr werdet jetzt nicht auf euren Versagen, nur weil ihr am Anfang ein Towncenter baut. Ich glaube, das wäre etwas für höhere Schwierigkeitsstufen und vor allen Dingen auch für weitere Runden. Denn das Spiel meistert innerhalb von so kurzer Zeit werdet ihr nicht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Erkunden, beim Experimentieren, Ausprobieren, was so alles funktioniert, was für euch funktioniert, woran ihr Spaß habt und wie ihr in den weiteren Zeitaltern auch vorankommt. Natürlich möchte ich wie immer erwähnen, dass ich manche Aspekte nicht in diesem Video packe, da es einfach sonst zu weit gehen würde. Das wäre natürlich der Kampf und die Erkundung, also sowas wie Barbaren, Tribal Huts, neutrale Städte und so weiter und so weiter habe ich rausgenommen. Das ist einfach sonst zu viel. Dafür könnt ihr eigene Tutorials gerne von mir fordern. Der Omni ist bereit, euch das immer bereit zu stellen, das zu produzieren. Wenn das entsprechende Feedback kommt, mache ich das sehr gerne. Ansonsten wisst ihr, was ihr zu tun habt. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf drei!